Also zu Dionys, dem Tyrannen, schlicht Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Herrscher im Bande. Was willst du mit dem Dolche, sprich, fragt ihn finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jeder, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, so bitte ich um drei Tage Zeit, bis sich die Schwestern im Gatten gefreit. Oh, das ist schon lange her. Aber war doch schon ganz gut. Keiner, 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 Keiner.